hallo freunde der zivilen luftfahrt und willkommen zu sermob slots vielleicht channel und weil fliegen spaß macht werden wir uns heute mit dem aktuellen update der fly by a320 neo beschäftigen und zwar ist das vor einigen tagen reingekommen und wenn ihr den installer geöffnet habt dann habt ihr bestimmt schon gesehen dass sich hier was getan hat und zwar haben wir hier einmal unten jetzt auch symbol stehen das ist ein tool was jetzt mit installiert wird und das dient halt als schnittstelle zum a320 beziehungsweise zu den fly by wire simulations flugzeugen um halt ja externe displays zum beispiel anzusteuern können zum beispiel die mcdu die es ja schon seit längerem gibt auch per pro per browser öffnen und dementsprechend auf ein externes device dann anzeigen lassen und wenn man jetzt zum beispiel auf about geht steht ja sowas wie ja dass ihr auch externe daten mit zugeschaltet werden zum beispiel hier was das train display betrifft und darum geht es heute symbolisch könnt ihr hier ganz einfach installieren beziehungsweise auch updaten das kann man ja einmal tun und wenn ihr das geupdatet hat dann könnt ihr oben auf den a320 gehen und den dann auch dementsprechend hier auf die neue version packen so jetzt seht ihr schon hier auto start configuration für sim rich und zwar kann man sagen hey du bitte startet das tool im hintergrund automatisch sobald der fly by wire hier gestartet wird das schalten wir mal ein und dann könnt ihr unten noch auf update gehen und dann wird hier dementsprechend auch der fly by wire geupdatet und bei den neuen features solltet ihr dann auf jeden fall die experimental version nutzen dort sind die dementsprechend drin und wenn der geupdatet hat dann schauen wir uns das mal live im simulator an und da würde ich sagen sehen wir uns gleich ja wenn ihr im koppelzeit dann könnt ihr hier einmal nach links gehen und dann auf das electronic flight back und hier könnt ihr jetzt auf die ground page gehen hier und standardmäßig ist sie hier im service und hier oben haben wir noch verschiedenste reiter und zwar ist jetzt neu hinzugekommen der sogenannte payload reiter wenn wir hier einmal drauf klicken dann sehen wir hier in übersicht die uns ein bisschen an den phoenix erinnert aber hier haben wir jetzt die einzelnen sitzplatz belegung des fliegers tatsächlich und auch die einzelnen belegungen hier für gepäck komplett die wir besetzen können und wie das im einzelnen aussieht das zeige ich euch gleich hier seht ihr auch was wieder flieger gerade ja current also jetzt gerade beladen ist hier und was dementsprechend geplant ist könnt dann hier das boarding auch starten ihr habt dann wieder die loading time hier auf instant fast und real und ja da wird jetzt quasi schon fast vorbereitet auf der bahn hier stehen macht das automatisch auf instant und ihr habt hier ja ich sag mal so eine balance scorecard hier die anzeigt wie das gewicht verteilt ist und zwar haben wir hier verschiedenste linien und die zeigen euch an ob ihr halt in diesen limit zeit einmal hier die blaue linie ist das maximum takeoff weight also das maximale startgewicht hier da muss sich der flieger dementsprechend drin befinden dieser ja hier dieser blaue punkt muss sich darin befinden das wäre im prinzip dann auch das ja oder der schwerpunkt bezogen auf aufs gesamtgewicht oder auch das crossway center of gravity und jeder weiße punkt das ist und die weißen linien das gehört hier zum maximum zero fuel weight und das muss dann halt auch innerhalb dieser weißen linien bleiben hier dieser weiße punkt hier sehen wir den noch mal dementsprechend angezeigt oder halt ja ausgerechnet sag ich mal und interessant ist tatsächlich dass wir jetzt hier auch eine berechnung kommt für das crossway center of gravity weil das brauchen wir später dann auch für die optimale berechnung der takeoff performance page wie man die berechnet da habe ich ein dementsprechendes tutorial zu gemacht das verlinke ich euch gerne oben rechts und hier in grün haben wir noch das ja maximum landing weight ja und zwar müsst ihr bei einer landung darauf achten dass er auf jeden fall hier unter diesem wert zeit also dass dieser dementsprechend blaue punkt hier unter dieser grünen linie ist um dann eine sichere landung durchzuführen ansonsten müsst ihr halt dementsprechend noch sprit verbrennen indem ihr halt holding patterns fliegt oder ja eine overweight landing durchführen das wird dann relevant wenn ihr zum beispiel vom selben flughafen starten und wieder landen wollt aufgrund einer störung oder eines problems dann ist das definitiv ein thema das maximale lande gewicht weil der airbus a320 neo halt auch kein sprit ablassen kann gut dann zeige ich euch mal dass hier in der praxis funktioniert ihr könnt wieder sehr bequem hier mit der wolke und dem fall nach unten alles was ihr in sim brief dementsprechend dann auch ja geplant habt hier raus importieren einmal darauf klicken und dann seht ihr links hier was geplant ist ich gebe jetzt mal hier ein paar leute weniger ein um euch mal zu zeigen es ja aussieht dann ihr seht hier die ja der flyby war ja berechnet ja automatisch für die plätze optimal verteilt werden damit das gewicht hier auch optimal verteilt ist noch mal ein bisschen cargo hier eingeben noch mal eine tonne gepäck mit da rein ja wenn wir das haben hier dann könnt ihr dementsprechend hier einmal auf begin boarding gehen und je nachdem ob das jetzt auf real fast oder instant habt dann ist das boarding hier auch direkt braucht es seine zeit ansonsten ist direkt durch gelaufen und wir sehen hier die sitzplatz verteilung oder die cargos cargo bay sind jetzt hier beladen und wir sehen jetzt auch dass sie dementsprechend das maximale take of weight hier hochgegangen ist oder auch das maximal beziehungsweise die schwerpunkt schwerpunkt anzeigen hier oder center of gravity hier dementsprechend sich neu ausgerichtet hat und sehr schicke geschichte und ihr könnt ja auch ein klicken und zwar die plätze tatsächlich dann hier auch live anpassen ja sehr interessant auf jeden fall dementsprechend hier zum beispiel beim cargo oder so die sachen dann auch noch mal manuell verschieben dann ändert sich natürlich der wert zwischen geplant und current wenn das wieder beladen wollte dann ist es natürlich hier mit dem beginn boarding button hier wieder einladen super feine geschichte auf jeden fall und das hat eigentlich noch gefehlt jetzt ist es da wir sehen jetzt hier im flyer war ja koppelt das beim terrain button hier unten der in ob ja ausgekratzt ist und wenn wir die simbridge hier im hintergrund laufen haben ist immer ganz wichtig wenn das hier auf running steht drauf achten dann passiert hier viel magie wenn wir auf on drücken und zwar zack ihr seht das terrain radar funktioniert also neues feature super implementiert auf den ersten blick sieht das echt fein aus wir stehen hier in innsbruck auf der 26 und wir sehen hier jetzt verschiedenste farben und wir werden jetzt einmal starten und dann werde ich euch einmal die farben stück für stück erklären so jetzt sind wir mal auf lever climb gegangen haben den autopilot mal angemacht und ich pausiert mal kurz hier und zwar seht ihr hat sich das terrain radar schon dementsprechend hier aktualisiert und wir sehen jetzt eine vielzahl von farben und zwar sehen wir jetzt hier komplett schwarz hier das ganze tal und zwar bedeutet alles was schwarz ist ja da haben wir mehr als 2000 fuß halte unter uns dann haben wir hier noch so ein leichtes grün das ist alles was ja weniger als 1000 fuß unter und ist dann kommt hier so ein etwas dunkleres grün und das ist so zwischen 500 und 1000 fuß und dann geht es rüber in die gelbe phase und auch hier fängt es dann wieder an mit seinem leichten gelb da haben wir jetzt dementsprechend ist ja terrain was 500 bis 1000 fuß über uns ist alles was gelb ist ist ab 1000 fuß über uns und alles was rot ist das ist 2000 fuß über uns und so können wir hier schön sehen wie sich das ganze gelände hier stück für stück abbildet wir fliegen jetzt mal weiter hier und die departure die wir hier abfliegen die sehen wir jetzt hier schön wie die sich stück für stück heraus bildet oder das gelände sich hier stück für stück heraus bildet und hat aktualisiert wirklich feine geschichte dann fliegen wir mit dem flyer war ja hier schön über die alpen und wenn euch das video gefallen hat lasst mir doch gern ein abo da oder einen daumen hoch würde mich freuen ich wünsche euch auf jeden fall einen schönen flug und bis bald euer sir mob slot